Ich finde, das hat einfach mehr Persönlichkeit. Ja, aber wieso brauchst du denn Persönlichkeit bei einem Rad? Okay, schau dir nochmal das Rad an. Es ist neu, gut in Schuss und du wärst damit die schnellste am Radweg. Und jetzt schau dir das Rad an. Und das findest du besser. Ja, wie gesagt, es hat Persönlichkeit. Eine Geschichte. Es ist einfach netter. Willst du dein Paar? Nein. Ich versuch, auf Zucker zu verzichten. Ist mein Neujahrsvorsatz. Wirklich? Du bist dein Neujahrsvorsatz. Und du glaubst, du wirst dich lang dran halten? Ja, schon. Wieso? Weil sich ja nie jemand an Neujahrsvorsätze hält. Mittlerweile ist das ja auch nur ein Witz. Keine Ahnung, also ich find das irgendwie saud-Gabbert, wenn sich jemand was vornimmt und dann nicht macht. Weißt du? Ich find, wenn man sich was vornimmt, sollte man sich auch dran halten. Und nicht dann nach einem halbherzigen Versuch sich sagen, na, wird doch nix. Dieses Mutlose, das ist so, so deppert. Und weißt du, wer am schlimmsten ist? Diese fucking Politiker. Jedes Jahr kommen sie zu irgendeiner scheiß Wahl mit den gleichen beschissenen Wahlsprüchen. Und weißt du, warum es immer die gleichen Wahlsprüche sind? Weil sich nie etwas ändert. Fuck! Solche Wichser. Echt. Also, ich find das jetzt nicht so schlimm. Ich mein, ich bin jetzt auch nicht so zufrieden mit der Politik. Aber sich aufzuregen bringt doch auch nichts. Okay, sorry. Aber es war so klar, dass du das jetzt sagst. Hä, wieso? Weil du nie irgendetwas arg findest. Du hast einfach nie irgendwelche starke Meinungen. Ja, okay, chill. Aber wieso stört sich das jetzt so? Ich mein, es macht doch keinen Unterschied, wenn ich mich über etwas aufrege oder nicht. Was soll eine Person schon anrichten können? Ich werde dir zeigen, was eine Person ausrichten kann. Das ist eine Scheißidee. Wieso? Das ist so radikal. Was willst du damit überhaupt bewirken? Es wird die Leute wachrütteln. Wenn eine Jugendliche den Bürgermeister von Wien kidnappen kann, dann können Politiker auch wieder ihre Versprechen halten. Dann können Leute wieder auf Demos gehen, für eine bessere Welt kämpfen und endlich einfach mal das tun, was man sich vorgenommen hat. Und hat das irgendwas mit ihm persönlich zu tun? Oder passt das gegen seine Partei? Schau, er ist einfach stellvertretend für alle Politiker. Ah. Okay. Also ich finde das einen Scheißplan. Das solltest du echt nicht machen. Dann halt mich doch auf. Mach mal was. Ich könnte deine Meinung ja sowieso nicht ändern. Wie willst du ihn überhaupt kidnappen? Weiß ich noch nicht. Wir haben gleich wieder Schule. Kommst du mit? Nein. Ich gehe nicht mehr. Ich glaube, ich weiß, er mir helfen kann. Du willst also jemanden entführen? Ja. Ich werde dir nicht helfen. Wieso nicht? Wieso nicht? Du hast das nicht drauf. Du wirst kneifen. Wieso sollte ich das tun? Weißt du, wie viele Jugendliche jede Woche zu mir kommen, um meine Entführung zu planen? Sechs. Jede Woche. Und jeder und jede kommt einen Tag später zu mir zurück und sagt, oh, ich konnte es doch nicht tun. Hier sind meine Sachen zurück. Kann ich mein Geld zurück? Und jedes Mal die gleiche Ausrede. Immer kommt irgendein Freund, von dem man es nicht erwartet hätte und überzeugt sie dann, es doch nicht zu tun. Aber da spiele ich nicht mehr mit. Hier. Ich bin der beste Entführer Niederösterreichs und ich werde meine Erfahrung nicht so leichtfertig verschwenden. Ja. Naja, egal. Du kennst mich nicht. Ich bin entschlossen. Ich erledige meine Vorhaben. Und außerdem, wer soll mich jetzt noch davon abhalten? Der Einzige, der davon weiß, ist ein Trottel, der sowieso nie in seinem Leben für irgendetwas aufgestanden ist, was ihm wichtig ist. Ich glaube dir nicht. Du bist wie alle anderen auch. Na fuck, Wichser! Du weißt doch nicht, mein Willen ich entführe! Hey! Wen willst du denn entführen? Dem Bürgermeister von Wien. Was? Du willst wirklich den Wiener Bürgermeister entführen? Das ist ja großartig! Gut. Ich werde dir helfen. Cool. Aber als ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, wen ich entführe. Hast du was gegen den Bürgermeister? Na ja, sagen wir mal so, er und ich, wir haben ein bisschen eine gemeinsame Geschichte. Ihr kennt euch persönlich. Ja, sagen wir mal so, er und ich, wir hatten die gleichen Älter. Ihr seid Brüder? Na, sagen wir mal so, vorm Blut her schon, aber wir sind schon früh andere Wege gegangen. Ja, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Der Film zieht sich schon lang genug. Komm jetzt, es gibt genug zu besprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wie Sie hinter mir erkennen können, haben wir hier einen Kinderspielplatz errichtet, damit unsere Kinder auch in Zukunft glücklich spielen können. Die Stadt Wien hat keine Kosten und Mühen gescheut. 17 Millionen Euro ist uns das Glück unserer Kinder wert. Dafür einen Applaus bitte. Danke, danke, danke. Wie Sie sehen können, besteht dieser Spielplatz aus zwei Holzschnecken, mehreren Baumstümpfen, drei Bäumen und ganz viel Beton. Ja, ich wollte immer so einen wunderschönen Spielplatz. Karte! Karte! Warte! Warte! Los! Warte! Los! Warte kurz. Und warum auch nicht? So, jetzt geht's springen, Kinder. Ich geh jetzt arm. Karte. Okay. Du solltest das echt nicht machen. Und den Bürgermeister zu entführen, ist nicht der richtige Weg. Und du weißt ja nicht mal, was du machen würdest, wenn du ihn hast. Einfach aus Frustration jemanden zu entführen, ist eine Ungerechtigkeit. Und ich bin gegen alle Ungerechtigkeiten. Dank dir, du hast mir gezeigt, dass ich für meine Ziele aufstehen muss. Und das werde ich von nun an tun. Ich werde den Welthunger beenden, die Klimakrise stoppen und Pinkelpausen für Amazon-Mitarbeiter einführen. Ich möchte eine Welt, in der kleine Babykaninchen wieder in der freien Umwelt rumlaufen können. Ohne Angst, von Autos überfahren zu werden. Aber wieder Angst zu haben, von Wölfen gefressen zu werden. Ich möchte eine Welt, in der alle glücklich sind und tanzen, spielen und singen. Aber so eine Welt schafft man nicht mit einer Entführung. Also, entführe den Bürgermeister nicht. Ich möchte, dass er heute Abend mit seiner Familie verbringt und glücklich ist über diesen wundervollen Spielplatz. Ja, okay. Du hast recht. Ich werde es nicht tun. Die scheiß Entführtypie hat recht gehabt. Besser so. Aber, was machst du jetzt mit all den Sachen? Ich bringe sie zurück. Komm mit. Außerdem müssten ich dann weniger Autos überholen. Und deswegen wäre es ja auch sicherer mit einem schnellen Rad. Dann trage ich halt den Helm. Es ist besser mit Persönlichkeit. Es ist besser, wenn es besser ist. Aber es ist nicht... Ah, du bist das. Ich wusste ja, dass du es nicht tun würdest. Darum habe ich es selber gemacht. Was ist? Gibt noch einiges zu tun. Seid ihr dabei? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017